Wir feiern 10 Jahre Pöld TV und hier kommt Ihr Jubiläumsangebot des Tages. Wir kommen zu unserem Jubiläumsangebot des Tages. Was gibt es denn bitte schöneres als einen frisch rasierten Mann? Hygiene spielt in unserer Welt eine ganz, ganz wichtige Rolle und dafür haben wir Ihnen das ganz, ganz perfekte Produkt mitgebracht, somit flutscht es. Ja, ein 10 in 1 Trimmer-Set für alles das, was man rund ums Haupthaar, rund um die Bartpflege, aber natürlich auch bei Körperbehaarung gebrauchen kann, um dem Wildfuchs mal ein wenig Herr zu werden. Und das Ganze wird Ihnen auch noch geliefert, nicht nur kabellos, natürlich mit einem Akku betrieben, mit einem sehr, sehr schönen Handstück, so wie man es eigentlich auch von einem professionellen Friseur kennt, sondern eben auch noch mit dieser praktischen Station. Ist zum einen Ladestation und zum anderen natürlich auch eine perfekte Aufbewahrungsmöglichkeit für all die unterschiedlichen Aufsätze, die Sie hier haben. Und ich weiß nicht, wie ihr für euch Mädels aussieht. Bei uns Männern sieht es normalerweise so aus, so nach zwei, drei Wochen hat man dann hier so rund um die Ohren oder hinten im Nacken dann mal wieder so ein bisschen Wildwuchs, dann muss man die unbedingt zum Friseur gehen. Also rund um die Ohren, da sieht es bei uns im besten Fall jetzt nicht so haarig aus. Aber wir haben natürlich auch unsere Beinbehaarung, die wir natürlich irgendwie stutzen müssen, auch unter den Ärmchen. Wir leben nicht mehr in den 80ern, also nichts gegen Körperbehaarung, aber es ist natürlich schön. Ich persönlich finde es schön und ich glaube auch Sie, wenn Sie dann so über schön glatt rasierte Beine fassen können oder der Mann schön gepflegt ist, die Haare sind gestutzt, der Bart ist gestutzt, das ist doch herrlich. Finde ich super. Schöner Drei-Tage-Bart beispielsweise ist angenehm, ja, aber er sollte gestutzt sein, dann wird er übrigens auch weicher und das Schöne ist, Sie können hier mit dem Längenaufsatz die Länge jederzeit variieren. Das geht hier bis zu 10 Millimeter, sehe ich hier gerade, wäre also auch für meine Haare hier an der Seite und im Nacken absolut perfekt. Die Länge lässt sich einstellen, so wie es quasi ein professioneller Friseur eben auch macht. Den Aufsatz kann man aufsetzen und ich möchte Ihnen vor allem zeigen, wie schnell Sie mal so einen Aufsatz gewechselt haben, auch wenn Sie beispielsweise mal ein Muster einrasieren möchten oder mal einen Präzisionstrimmer brauchen, wird der Kopf einfach nur abgedreht, der Nächste wird draufgesetzt und schon geht die ganze Reise dann auch schon wieder weiter. Natürlich ist da also alles mit enthalten, was Sie haben möchten, auch ein Ohrhaartrimmer, ein Nasenhaartrimmer, man kennt das, wenn man schon mal so ein Nasenhaar mit der Pinzette rausgezogen hat, das treibt einem dann mal schnell die Tränen in die Augen. Absolut. Dann nimmst du besser den vernünftigen Aufsatz für und dann sieht das nicht nur manierlich aus, dann zieht es auch nicht. Und wo du es gerade sagst, manierlich aussehen, das Ganze finde ich optisch ist ja ordentlich. Das ist sehr schön, denn die Frauen ärgern sich manchmal, da liegt das eine und das andere rum, das wollen wir nicht. So haben wir ein ganz, ganz tolles Aufbewahrungsset. Jetzt fliegt mir hier schon das erste runter, das ist aber gar nicht schlimm, das hebe ich gleich wieder auf. Und wir haben hier natürlich die Möglichkeiten, hier haben wir diesen kleinen Nasentrimmer, der ist natürlich sehr, sehr süß, denn Nasenhaare sind nicht schön. Und manchmal sieht man sie gar nicht, auf den ersten Blick noch muss die Frau sagen, Mensch Manfred, kümmere dich doch mal um dein Nasenlöchlein. Und das ist hiermit schon mal getan, das ist ganz prima. Wir haben hier nochmal den Rasierer, wir haben die Schere, wir haben auch den Kamm. Der Kasten ist sehr, sehr eitel, wenn man sieht, wie er sich morgens die Härchen kämmt, dann ist das sehr beeindruckend. Nicht auch. Ist sehr schön, fand auch, ne? So, er ist sehr eitel, finde ich schön. Wir gucken nochmal auf Pearl.de, wir sehen das Ganze für 28 Euro, das ist natürlich schon mal ein sehr guter Preis. Und wir bieten das Ganze hier aber an für den TV-Sonderpreis. Also damit tun Sie Ihrem Mann was Gutes, damit tun Sie sich persönlich was Gutes und ich glaube nicht nur für den Mann, sondern auch für die Frau ist das ein ganz, ganz tolles Set. Und vor allen Dingen super ordentlich und da bin ich immer ein Fan von, denn ich finde, nur wer ordentlich lebt, der kann sich auch wohlfühlen. So ist das. Ja, ganz genau. Liegt hervorragend übrigens in der Hand. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, Sie können den also auch ganz einfach mal unter fließend Wasser reinigen, weil der eben nicht nur im trockenen Zustand, sondern eben auch mal in einem Umfeld eines Badezimmers auch gerne mal nass beziehungsweise feucht benutzt werden kann. Und der Akku ist ausgesprochen stark, das heißt hier beispielsweise mal mit ein, zwei Aufsätzen, die Sie brauchen, auch für eine klassische Rasur rund um den männlichen Bad herum, wenn es da mal glatt werden soll, können Sie sich sowas auch gerne mal mit ein, zwei Aufsätzen in den Kulturbeutel legen und einfach mal mit in den Urlaub nehmen. Ein ganz tolles Gerät, liegt da noch super in der Hand und sieht wirklich knorke aus in dieser Station hier. Ja, absolut, da hast du total recht. Und Sie können das Ganze bestellen mit der NX 9105569 am Ende. Sie machen Ihrem Mann eine Freude, Sie machen als Mann Ihrer Frau eine Freude. Auch das müssen wir immer betonen, damit machen Sie einfach nur alles richtig.